Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Wind. Ja, ich habe Toben versucht in das Haus reinzukommen, wie ein blöder eben. Zehn Minuten lang. Was? Nein. So, und dann ist mir aufgefallen, Mensch, hier drunter ist ja das Badehaus. Ja, weil da hättest du schon. Hübsches Handtuch haben sie da, Lady. Oh, mal gucken, wohin hängt der denn rum? Hier, heißer. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Ich möchte eigentlich nur Gwent spielen, Junge. Schon mal Gwent gespielt? Aber ja, Gwent ist die Politik. Nur ehrlicher. Wie wäre es mit einem Spiel gegen einen alten Meister? Klar, ich habe ja gefragt, ob du gegen mich spielen willst. Ja, spielen wir. Wer ist denn hier der alte Meister? Ach. Ach. Selbes Blatt, selber Boss. Sehr interessant. Das kann ja lustig werden. Anspion. Okay, zwei Doppelbuffs. Keine Finte bisher. Ja, super. Nahkampf, Ehrenkampf, Nahkampf. Ich glaube, ich bin so glücklich. Dann gucken wir doch mal, was da geht. Das ist ein Katapult. Das gehört da irgendwie gar nicht rein. Ach, schau an. Finte. Dann legen wir mal das Katapult. Ich habe ja keine Heiler, ne? Nee, ich habe keine Heiler. Möchte ich jetzt irgendwie noch nicht passen, oder doch? Er hat noch nicht wirklich viel gespielt, ne? Er hat noch nicht wirklich viel gespielt. Die Finte kann ich nicht spielen, weil ich den Spion garantiert irgendwann wieder kriege. Normalerweise wäre das hier eine schöne Buff-Reihe mit den Bogenschützen. Und das wäre eine andere, sehr kleine Buff-Reihe. Ich spiele sie mal aus. Aber mehr kann ich da auch nicht reinbuttern gerade. Da habe ich ein schlechtes Gefühl bei. Ist schon mal gut. Dann wäre die ja schon mal aus dem Spiel. Ich passe mal. Wenn das ein paar Runden geht, das Spiel ist ja auch nicht so schlimm. Muss ja nicht immer so schnell sein. So, mein Gegen ist am Zug. Das dachte ich mir, dass ich den jetzt kriege. Und dafür brauche ich auch meine Finte. Jetzt ist es natürlich doof, dass ich den Gegner dann schon mal Nahkampf drücken kann, muss. Und was geht dann hier anders? Den will ich auch nicht behalten. Und zwei Karten zusätzlich. Echt jetzt? Kriege ich den nochmal wieder? Ach, ich glaube es ja einfach nicht. Okay, dann machen wir das jetzt aber so. Dann fangen wir an, unsere Nahkämpfe auszuspielen. Ich kriege den ja nicht mehr von Bord. Ja, früh gepasst. Ob ich das gewusst hätte, hätte ich den ja noch nicht gespielt. Okay, dann passen wir. Das gewusst hätte, hätte ich den noch nicht gespielt. Schade. Eine Heilerin wäre cool gewesen. Dann hätte ich mir die blauen Streifen nochmal geholt. Ach, ja, bis... Naja. Okay, gut. Weil ich ja zweimal das Horn habe. Aber... Er hat natürlich eine Heilerin. Immer das selbe. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass ich das noch gewinnen werde. Ja, genau die. Die hätte ich gerne. Blaue Streifen. Packen wir mal rein. Das Horn. Ah. Ja, zwei davon. Er hat mehr Karten wie ich. Es gefällt mir. Belahrungsturm. Das sieht ja auch schick aus, die Karte. Optisch. Oh, gut, dass er die jetzt setzt. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie gut. Er hat noch eine zweite davon gehabt, die Ratte. Er wird ja wohl keine dritte davon haben, ne? Das hast du ja jetzt auch nur gemacht, um Zeit zu schwinden, oder? Das kann ich allerdings gleich auch noch mal machen. Und mal Zeit schwinden. Scheiße. Oh. Ist das gemein. Ach, und die kann ich nicht setzen, weil kein Regen draufliegt. Ah, okay. Dann hat er jetzt noch drei Karten. 39. Das habe ich verloren. Jo, Jungs. Das habe ich verloren. Krass. Nicht schlecht. Weißt du was? Nicht schlecht. Du kannst mich mal... Liegst dran. Großkotz. Ah, spielen wir. Ja, spielen wir. Ich muss da mal in Pause machen. Ich muss da mal in Pause telefonieren. Nehme ich jetzt schlechtes Wetter mit? Blö. Ein Heiler. Ein Spion. Sie kommt weg. Noch ein Spion. Sie kommt weg. Ja, super. Wenn ich dann Spion von ihm kriege, kann ich den auch liegen lassen. So, packen wir den drauf. Komm. Fast. Alles in Ordnung. Ich muss nur auf diese Verbrennen-Karte aufpassen. Bei den beiden da unten zum Beispiel. Jo, ich habe ja noch nicht wirklich etwas gesetzt. Weißt du was? Ich würde ganz gerne mal versuchen, die beiden Katapulte da raus zu hauen. Um ihn damit zu bewegen, vielleicht seine Verbrennen-Karte zu spielen. Das könnte man mal versuchen. Das ist jetzt etwas ungewöhnlich, dass ich da jetzt so viele Kohlekarten auslege. Ach, mein Gegner passt. Jetzt ernsthaft? Ich müsste jetzt noch 19 nachlegen. Ihr müsst noch 19 nachlegen, oder? 12, 11, 20, 19. 19 müsste ich noch nachlegen. Die beiden Jungs bringen mir jetzt zusammen ja schon mal 20. Die hole ich mir auch wieder. Gleich mit den Heilern. Kann ich mir die Katapulte zwar nicht holen, aber die Spione, die kommen bestimmt noch mal ins Spiel. Das habe ich so ein Gefühl. Das habe ich so ein Gefühl, dass die Spione noch mal wiederkommen. Ich muss nur gucken, wie ich... Was macht denn die Karte? Die geht doch nicht auf beide, oder? Entfernt die stärksten Karten... So ein Arschloch! Okay, was auch. Dann machen wir das so. Die Heilerin. Ja, und jetzt ist es ja fast egal. Weil, pfff... Dann hole ich mir natürlich das Katapult hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der hat aber auch echt Karten. Da ist das Ende von ab. Was er mir da beide weggeschossen hat? Das ist ja schon schwierig, oder? Ach! Wir kriegen den zweiten auch noch. Das macht mir nichts. Das machen wir gleich noch mal. Komm, der hat ja nur noch eine Karte. Alles klar. Aber hier, weil ich es kann. Allein, weil ich es kann. Ich muss wieder zur Maus greifen, gerade. Tja, da hast du dich wohl verkalkuliert, was? Wenn mein Gegner passt. Sehr gut. Na komm, wir haben ja eigentlich schon gewonnen. Aber ich will die nochmal eben spielen. Dann hole ich mir den. Dann habe ich in meinem Buff sowas gedacht. Dann lege ich noch das Horn raus. Ach komm, dann spiele ich den Rest auch noch. Einfach, weil ich es kann. Einfach mal gucken, wie viele Punkte nachher. Da werden aber so viel... Oh doch. Oh doch. Oh doch. Ja. 78 zu 18. Das war doch alleindeutig. Estera Thyssen hast du nicht im Blatt, sehe ich. Hier, sie gehört dir. Ach, wieso? Hättest du noch mehr Karten gehabt? Wüsstest du sonst noch jemanden, dem ich ein paar Karten abnehmen kann? Ich kenne einen Elfen, gegen den du antreten könntest. Katori? Der hat eine hervorragende Karte. Du findest ihn vor den Stadtmauern in der Barattensiedlung der Scoia-Tel. Okay, gut. Dankeschön. Estera Thyssen. Ich gehe hier erstmal raus. Und die Karte gucken wir uns natürlich noch an. Ich möchte hier erstmal rauslegen und fest rein und so. So, Estera Thyssen. Ach, das ist eine neutrale Ship. Die kann ich hier auch einsetzen. Krass. Yes. Machen wir doch auf jeden Fall. Estera Thyssen. Wo finde ich den denn? Spiehe ich gerade gar nicht. Ach, da. Habe ich nicht gesehen. Oh, nett. Zehner. Super. Das ist ja krass. Jetzt müssen wir zwei Karten austauschen. Weil man kann mehr als 22 Karten mitnehmen. Einheiten Karten. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt anzuraten. Ich würde sagen, die Einer Karte können wir dann nochmal wegpacken. Vielleicht. Die beiden Spione möchte ich gerne drin behalten. Die blauen Streifen auch. Auch. Ich würde sie vielleicht mal wegtun. Eine Heilerin möchte ich auf gar keinen Fall wegtun. Sie? Ja, von der Idee her könnte ich ihn auch wegpacken. Jo, das sieht ja mittlerweile richtig ansehnlich aus. Gut. Wo finde ich die, den Spieler denn jetzt? Mal gucken. Da unten ganz. Das ist ja mein Weg, ne? Das ist ja mein Weg. Jo, ich würde sagen, dann gehe ich hier mal zur Schnellreisekreuzung. Dann will ich da mal ganz in Ruhe hinlaufen. Eben mal ein bisschen telefonieren nochmal. Und danach nehme ich dann noch eine Folge. Hör auf. Es hört nicht so dreist. Brauchst du etwas, Meister? So. Ja. Die Spiel ist ein bisschen kürzer, aber... Ich spiele da zu gut, ne? Ne, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Es läuft, würde ich sagen. Und, äh, macht auch Spaß. Macht auch Spaß. Könnte manchmal ein bisschen schwerer jetzt sein. Aber vielleicht habe ich ja auch echt nur... Glück mit meinen Karten, die ich da so habe. Okay. Da reiten wir dann, äh... Oh, ist das ein Himmel. Wahnsinn. Oh, da hinten brennt es. Ach, oder sind das die Schornsteine? Das ist eine wahnsinnige Beleuchtung, oder? Du, das ist ein Hammer. Der Hammer. Gut. Okay. Dann reite ich da nachher mal hin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.